So, heute möchte ich dir nochmal ein kurzes Update zu der Energie Dezember 2024 mit auf den Weg geben, falls dich das interessiert. Mein Name ist Julia Bläser, ich bin Psychologin und Bewusstseinscoach und gebe hier einmal im Monat etwas zu den energetischen Tendenzen als Energiebotschaft heraus und du darfst wie immer für dich entscheiden, was du damit anfangen kannst und ob dich das vielleicht sogar inspiriert oder bestätigt in deinen Empfindungen. Das ist eine Hilfe, aber eben keine Wahrsagerei, sondern es spiegelt einfach nur Tendenzen aus dem energetischen Feld wieder, die ich aus dem Feld als Reading abrufen darf. Also bleib dran bei dieser Folge im Podcast bewusst glücklich leben, wenn dich interessiert, was der Dezember energetisch noch zu bieten hat. Schön, dass du dabei geblieben bist. Also in dieser Folge geht es wie angekündigt darum, was hat der Dezember energetisch noch zu bieten. Ich habe dir in einer kleinen Vorausschau 2025 schon ein längeres Video eingestellt und vielleicht schaust du dir das auch nochmal an, um ein bisschen vorbereitet zu sein auf dieses wirklich grandios spannende Jahr 2025, was auf uns wartet. Und jetzt der Dezember ist nochmal eine Einladung an uns alle. Die Energie ist nicht mehr so schwer und so beschwerend und beschwerlich, wie sie sich vielleicht noch vor kurzem im November angefühlt hat. Da kam auch nochmal so einiges raus bei vielen Leuten. Vielleicht hast du das auch wahrgenommen. Wir werden jetzt mehr oder weniger zu Entscheidungen gezwungen, entweder weil wir nicht mehr anders können vom Gefühl her, weil wir sagen, okay, ich fühle das jetzt. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen oder aber, weil wir uns in Situationen hinein manövriert haben, die uns das jetzt auch abverlangen. Wir haben uns das sozusagen selbst gestaltet und können jetzt entscheiden, mache ich so weiter oder nicht. Lasse ich etwas Altes noch los in diesem Jahr oder möchte ich das noch mitnehmen ins Neue. Das neue Jahr ist voller Chancen, aber eben auch voller Veränderungen. Und jetzt geht es wirklich darum, dass du nochmal schaust, was von dem Alten, was vielleicht noch in dir ist, was vielleicht noch in deinem Leben vorhanden ist, möchtest du nicht mitnehmen in die neue Welt. Ja, die wartet ja auf dich. Das heißt, die will belebt werden. Viele Seelen sind aufgewacht, viele Seelen sind auch schon längst unterwegs in diese neue Welt und vielleicht gehörst du auch dazu. Vielleicht bist du auch gerade erst auf dem Sprung in diese neue Welt und entscheidest dich gerade für dieses andere Leben. So würde ich es mal ausdrücken. Es ist schwierig, das, was wir spirituell abrufen und wahrnehmen, immer in die richtigen Worte zu fassen, damit sie auch verständlich sind. Denn das Feld kommuniziert ganz unterschiedlich mit uns. Wir haben die Aufgabe, auch Beziehungen nochmal zu überprüfen zu anderen Seelen. Was matcht hier wirklich und was matcht nicht mehr? Passt meine Energie noch zu der anderen Energie? Passt die andere Energie noch zu meiner Energie? Das fühlst du sehr genau, wenn du in dich hinein hörst. Und dafür musst du jetzt auch nicht drei Stunden meditieren, sondern du kannst dir wirklich Zonen von 10, 15 Minuten, Zeitzonen nehmen, in denen du dir gewisse Fragen stellst und in dich hinein spürst. Nur spürst und nicht hinein denkst, was sich noch richtig und gut anfühlt. Der Dezember ist sozusagen eine Art Finale dieser alten Zeit, dieser alten Welt, die so unendlich viel Gefangenschaft bedeutet hat für uns alle. Gefangenschaft meine ich jetzt in dem Sinne, dass unsere Gedanken eingefangen wurden, sie wurden manipuliert. Wir wurden durch Systeme erzogen, kontrolliert und es ging eigentlich nie um Entfaltung. Es ging immer um Verwicklung statt um Entwicklung. Es geht darum, dass wir möglichst viel lernen, unseren Kopf zu frachten mit Wissen. Und es ging nicht ums Fühlen. Und genau das ist jetzt so das Finale im Dezember. Du spürst, mir macht das Alte keinen Spaß mehr. Ich spüre das körperlich immer deutlicher, dass ich in den Widerstand gehe, wenn mich irgendwas einengen will. Das können andere Menschen sein, das können aber auch Strukturen sein, in denen wir leben. Das kann auch sein, dass du dich von deiner Bankberaterin eingeengt fühlst, weil sie dir irgendwie was vorgeben will. Also alles, was so mit starren Vorgaben zu tun hat, das zeigt sich jetzt gerade bei vielen Menschen nochmal so zum Höhepunkt, dass sie das einfach nicht mehr wollen. Und sie nicht mehr wollen, dass man ihnen Entscheidungen im Leben abnimmt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Mehrheit, aber die Menschen, die diese Videos jetzt ansehen, die werden das vielleicht auch wahrnehmen bei sich selbst. Darum geht es ja. Nimm das bei dir wahr und dann kannst du das auch verändern. Dieses nicht mehr gegängelt werden wollen. Egal, ob vom Partner, von Eltern oder sonst irgendwas. Man geht in den Widerstand und denkt, nein, das fühlt sich für mich nicht richtig an und was sich für mich nicht richtig und gut anfühlt, möchte ich auch nicht mehr machen. Ich merke das an vielen Stellen und Bereichen. Und ja, jetzt ist dieses Finale da. Das fühlt sich auch gut an. Also für mich fühlt sich das energetisch jetzt nicht mehr gravierend an, sondern wir gehen jetzt so ganz, wir gleiten über. Wir gleiten über sanft, die, die das wollen. Die gleiten sanft in diese neue Welt hinein und können da so unendlich viel noch bewegen. Ja, diese Pionierarbeit leisten, von der ich auch immer mal wieder spreche. Um da sanft reingleiten zu können, ist es natürlich vorteilhaft, wenn du nicht so viel mitzuschleppen hast. Also wenn du auch noch mal in dich gehst und sagst, okay, was will ich eigentlich wirklich, was ist die Essenz von dem, was ich mitnehmen möchte. Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt ein Jahr lang irgendwie eine Reise machen, was wäre dir wichtig, was du da mitnimmst? Welche Gegenstände, welche Menschen, welche Merkmale, was ist dir für dich wichtig? Und ich stelle fest, es wird immer weniger wichtig. Und wir dürfen im Dezember jetzt auch noch mal die Sinnfragen stellen. Was ist wirklich sinnvoll an dem, was ich tue? Was ergibt gerade keinen Sinn mehr? Wo finde ich vielleicht Sinn für mich? Das kann auch sein, im Moment lösen sich auch viele Menschen aus ihren alten, in Anführungsstrichen, Berufen und fangen was Neues an, weil sie merken, ich möchte irgendwie einen Beruf der neuen Zeit machen. Dazu bist du natürlich auch eingeladen, das zu überdenken. Vielleicht erkennst du jetzt den Sinn in deiner Tätigkeit nicht mehr, die dir aber 20 Jahre lang eben doch Freude gemacht hat. Es muss ja nicht immer sein, dass wir sagen, es macht mir alles keinen Spaß, ich will hier raus, ich bin so frustriert. Das muss es gar nicht sein. Aber die Sinnfrage in Partnerschaften, in der Berufstätigkeit, in all deinen Lebensfeldern, in denen du aktiv bist, darfst du jetzt im Dezember noch mal betrachten und die Sinnfrage stellen. Das muss auch, wie gesagt, nicht anstrengend sein für dich. Du darfst dich jetzt auf diese Leichtigkeit einschwingen, du darfst dich gemütlich auch mal zurücklehnen im Dezember, deinen Tee trinken, deine Plätzchen essen, dir es gut gehen lassen. Auch genießen diese Zeit mit deinen Liebsten, wo du energetisch auftanken kannst. Die darfst und solltest du jetzt unbedingt auch genießen. Also ein bisschen im Finale noch mal hinschauen. Wenn du jetzt losgehst in die neue Welt, wenn du losreist, was brauchst du überhaupt noch von der alten? Das darfst du dir noch mal klar machen. Sinnfragen stellen, hilft und genießen. Genießen, genießen, genießen. Dieses Sein mit sich und im Einklang sein. Es sich wirklich bewusst gut gehen lassen. Das soll die neue Welt ja sein. Sie soll leichter werden. Und das können wir nicht, wenn wir alles so mit Schwere betrachten. Und wenn wir alles noch 30 Mal durchkauen. Es wird sowieso nicht besser davon. Sich nicht beirren lassen in diesem Finale. Ja, von allen möglichen Informationen, die jetzt noch auf uns einprasseln werden. Dann kurz bis vor Weihnachten. Dann kehrt ja so eine Ruhephase ein, wo alle mit sich beschäftigt sind und ihren Themen. Und dann geht es ja dann im neuen Jahr weiter. Ja, gerade speziell in Deutschland mit unseren Neuwahlen. Wir werden aber im Vorfeld noch einige Sachen hören. Ich verfolge selten nur noch gewisse Mainstream-Nachrichten. Man bekommt es aber trotzdem mit natürlich. Und wenn man im Auto sitzt, kann man ja auch oftmals im Radio das wahrnehmen. Also gucke auch hier, welche Informationen erreichen dich noch. Lass dir vor allen Dingen bitte keine Angst machen. Es ist kein Grund dafür da, Angst zu haben. Und lasse diese Angst auch nicht weiter schüren. Sie ist Teil dieser Matrix, aus der wir ja raus wollen. Wir wollen ja aus der Matrix raus. Die Seelen, die sich da entschieden haben. Und die werden da auch rausgehen. Das sind bewusste Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Bewusste Entscheidungen insofern, dass wir erstmal Klarheit haben zu uns. Was wollen wir? Und dann dürfen wir den Schritt auch machen. Und in dieser Welt gibt es keine Angst. Diese Angstschürerei, die hat uns ja klein gehalten. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal kurz dazu im Finale Dezember 2024 nochmal spürbar, dass hier nochmal so ein bisschen was versucht wird, bei den Menschen zu installieren. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es nicht gelingt, wenn du es nicht zulässt und wenn du bei dir bleibst. Und in deiner Energie bleibst, in deiner Kraft bleibst. Das ist wie immer das ganze Jahr wichtig. Die Wahrheit kam raus. Es ist ein Wahrheitsjahr gewesen. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal über dieses alte Jahr sprechen, 2024. Das war das Jahr der Wahrheit. Hier kam vieles an die Oberfläche. Manche ist sehr unbequem, manche ist aber auch gut für uns alle, damit wir klarer werden und unsere Realitäten mal hinterfragen. Die Realität ist ja etwas, was wir kreieren, aber die hat oft mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und wenn wir in diese Schöpferwirklichkeit hinein wollen, dann sehen wir das, was ist und nicht das, was sein sollte. Wir fühlen das, was ist und nicht, was wir fühlen sollten. Und wir fangen dann auch ehrlich zu denken, denken das, was ist und nicht, was sein sollte. Und diese manipulativen Strukturen zu erkennen, zu hinterfragen, ist unser Job. Nicht nur jetzt das Jahr gewesen, sondern es wird weitergehen. Aber wenn du es schon angefangen hast, das alles zu hinterfragen, dann wirst du ja auch schon ordentlich weit gekommen sein und Antworten gefunden haben. Und das ist jetzt nochmal im Dezember ein Thema, aber gar kein großes, sondern hier geht es wirklich darum, okay, Sinnfragen, Beziehungen, Gepäck packen fürs Neue. Und also welchen Rucksack nimmst du da mit? Einen ziemlich großen Koffer oder nimmst du nur noch einen kleinen Rucksack mit, weil du neugierig bist auf das, was dich da erwartet. Und vielleicht findest du da wunderschöne neue Sachen. Lass nochmal ein bisschen Platz in diesem Rucksack oder Koffer. Ja, und ansonsten genieße. Genieße im Moment die etwas leichtere Energie, die schon ein bisschen freudig stimmt und die uns einlädt, das Leben zu feiern. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und wenn du diese Aufstiegssymptome hast, die sind nicht selten im Moment, körperliche Symptome, die du nicht zuordnen kannst, die dir manchmal auch ein bisschen Sorge bereiten, dass du vielleicht was hättest. Dazu mache ich dann die nächsten Tage noch mein separates Video. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Adventszeit und freue mich, wenn du weiterhin meinem Kanal treu bleibst. Wenn du hier neu bist, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Abo hinterlässt. Und ja, auch gerne die Botschaft mit anderen Leuten teilst, wo du meinst, die könnten damit etwas anfangen. Herzliche Grüße für dich. Herzliche Grüße für dich. Untertitelung des ZDF, 2020